vorstellen bitte und wieder wie gehabt alle Fragen und Ideen bitte in den Chat hineinschreiben und wenn das ein bisschen in Ordnung ist, werde ich am Ende dann die Fragen an dir richten, die aufkommen während Ihres Vortrages. Danke sehr. Können Sie schon meine Folien sehen? Ja. Ja, passt alles. Sehr gut, also ich werde heute ein bisschen auf Englisch und ein bisschen auf Deutsch vortragen, denn ich bin zweisprechig Deutsch, aber wissen Sie, es ist nicht mehr, also nicht total perfekt und deshalb, aber wir werden schon schaffen, okay? Activate your class with digital storytelling, okay? Also nur ein paar Worte mich einzuführen und zwar, ich bin Sekundärlehrerin, also am Gymnasium in Italien, Udine, aber dieses Jahr arbeite ich ausschließlich mit der European School Netta in Brussels als pädagogischer Berater bin Expertin für Technologie unterstützen, Unterricht und aktives Lernen, habe sehr viel mit meinen Klassen, mit meinen Schülern und Schülerinnen experimentiert, so mit Digital Storytelling, aber auch kollaboratives Lernen und WebQuest inquiry-based Learning, also die sind auch Eklil, also das habe ich mehrmals, also mit meinen Klassen gemacht und deshalb kann ich heute mit Ihnen auch ein paar Beispiele vielleicht am Ende teilen von Projekten, die meine Schüler, meine Schüler gemacht haben. Also die Frage ist, wie kann man Kreativität im Klassenzimmer einführen? Also wie kann man den Schülern eine Möglichkeit, eine Chance anbieten, dass sie auch ihre Kreativität und auch die Inhalte, was sie gelernt haben, eigentlich in kreativer Weise weiter erarbeiten können. Mit Digital Storytelling kann man das tun und ich muss auch sofort sagen, dass das verlangt ein bisschen eine neue Perspektive von Seiten der Lehrpersonen, also man muss eine neue, also mehr Freiheit in der Klasse den Schülern anbieten, das ist sicherlich wahr, aber auf einer Seite so, auf der anderen braucht man auch nicht ganz unsere eigene Methodologien umwandeln. Also die Lehrer mögen Digital Storytelling, auch weil sie ein Angebot, also eine Idee den Schülern unterbreiten können, am Ende ein Lernpfade, sein Lehrprozess, so. Aber first muss man ganz genaue Lernziele haben, also man geht einfach nicht in die Klasse und sagt den Jungs, also Jungs, heute machen wir Digital Storytelling, das ist eigentlich nicht so. Man muss ganz genau wissen, was unsere Zwecke, unsere Lernziele sind und genau planen. Also dann kommen die Strategien, das heißt, wie wir diese Lernziele erreichen möchten und dann am Ende kommen die Tools, kommen die Apps oder die Tools, die wir verwenden können, die die Schüler verwenden können, um diese Nacherzählungen, diese Videos, diese Infografik, Posters und andere multimedialen Produkte machen können. Also wie fängt man an? In diesem ersten Teil meines Vortrages werde ich ein paar Strategien und Ideen mit euch teilen und im zweiten Teil dann zeige ich Ihnen ein paar Beispiele von diesen Schülerprojekten. Wie fängt man an? Klare Lernziele und Ergebnisse, kreatives Lehren und Lernen, also diese neue Perspektive, das heißt nicht nur vom Lehrer geführten Lernaktivitäten, sondern Learning by Doing. Die Kinder müssen arbeiten, nicht wir als Lehrer. Wir haben genau genug studiert, aber natürlich sind wir auch neugierig auf neue Methoden, auf neue Wege und so weiter. Aber es geht nicht darum, dass wir Lehrer neue Apps und Tools lernen. Also ich tue das mit den Schülern nicht. Ich gebe den Schülern nur ein paar, also ein Toolbox von Videotutorials, von Tools, die sie verwenden können. Aber das müssen sie machen. Also mit Hilfe eines Schülkits. Ich habe in den vergangenen Jahren 2016, wenn ich mich nicht höre, ein Schülkit für das italienische Bildungsministerium erarbeitet, also gemacht, vorbereitet. Und diese Schülkits ist auch auf Englisch übersetzt worden. Ich werde mit euch später das teilen. Und auch sich von Best Practices von anderen Lernern inspirieren lassen. Also wir als Lehrer brauchen auch Tatsache, die die praktische Implementation von diesen Ideen schauen. Und von diesen Beispielen, die sich vielleicht auch mit ihren eigenen Schülern teilen können, dann können sie Ideen, also Ideen. Wir brauchen Ideen. Und ein paar digitalen Tools, das sicherlich. Und vielleicht auch mit einem kleinen Projekt anzufangen. Also vielleicht nicht sofort mit einem Video. Kinder begeistern sich für Videos, aber die verlangen mehrere Kompetenzen. Und deshalb ist es vielleicht einfacher, am Anfang mit einem digitalen Buch oder ein Comic-Strip anzufangen. Sehr gut. Also auf alle Fälle muss man sich bedenken und auch den Kindern immer daran erinnern, dass die Story kommt first. Also zuerst kommt die Geschichte. Also für eine Lehrerin, so wie ich, so wie ihr, also die Lerninhalte kommen zuerst. Also hier werden diese Lerninhalte von den Kindern in eine originelle und kreative Weise, Art und Weise verarbeitet. Da finden Sie ein Diagramm. Ich habe nur ein paar Wörter auf Deutsch übersetzt, wie dieses Prozess entwickelt sein sollte. Und zwar zuerst muss man eine Idee, also man kommt mit einer Idee. Dann schreiben sie die Kinder einen Vorschlag für diese Idee. Und da kommt auch die Lehrerin oder der Lehrer, hat eine Rolle, damit wir sie, die Kinder führen können, guiden und Fasilität. Okay. Die Kinder dann forschen, entdecken oder lernen diese Lerninhalte, die sie verarbeiten werden. Dann schreiben sie ein Drehbuch, also einen ersten Entwurf. Das ist auch ganz wichtig. Und das ist ganz, und das ist auch der Schritt, wo wir als Lehrer den Kindern helfen zu verbessern oder eine andere Lösungen zu finden. Also das ist eigentlich, wo wir als Lehrer die Kinder führen können. Dann schreiben sie einen Storyplan. Das heißt, dass sie sie teilen ihre Geschichte in verschiedenen Phasen, in verschiedenen Schritten. Dann suchen sie Bilder. Sie machen ihre eigene mit dem Handy, zum Beispiel mit einem Smartphone oder sie suchen Bilder im Internet. Sie setzen alles zusammen und dann teilen das endgültige, das Produkt. Die letzte Phase, der letzte Schritt ist auch sehr wichtig, denn sie, die Kinder können reflektieren und zusammen in der Klasse oder mit der Lehrerin die Feedback geben kann. Also es ist auch ganz wichtig, dass sie lernen und kritisches Denken verwenden, damit sie konstruktives Feedback annehmen. Also sie müssen auch lernen, dass ihre Arbeit nie perfekt ist. Man kann immer besser werden. Also da finden sie ein School Kit. Da können sie, ich werde meine Slides mit ihnen teilen. Sie klicken hier. Das School Kit ist auf Englisch, aber ich habe das mit Google übersetzt, also die automatische Übersetzung eingestellt. Ich hoffe, das funktioniert. Es ist nicht ganz in Ordnung, aber es ist vielleicht besser für sie, das auf Deutsch zu sehen. Ich hoffe, ihr könnt auch mein mein School Kit jetzt sehen. Ich hoffe schon. Ja, sehr gut. Also dieses School Kit ist auch mit einem digitalen Tool gemacht worden. Das heisst Adobe Spark Page und das erlaubt den Kindern ganz einfach, das Tool ist total frei, aber sie müssen einen Account haben, natürlich eintragen. Das tue ich manchmal für meine ganze Klasse, damit die Kinder nicht ihre eigene Mail verwenden. Also ich tue das für die ganze Klasse und dann können sie mit meiner, mit dieser Mail einloggen und Produkte. Das funktioniert insbesondere, wenn die Kinder klein sind. Aber ich arbeite an einem Gymnasium und meine Kinder sind, also Senior. Sie können schon eine E-Mail haben. Also es geht um digitales Storytelling. Wir wissen schon, dass Geschichten schon von unserer Kindheit immer so faszinierend sind und sie erregen auch unsere Fantasie. Also Geschichte gibt es überall. Also Digital Storytelling gibt es auch im Handel oder in großen Konzerne, in der Politik überall. Aber es geht auch um Talent, eine Geschichte nachzuerzählen, weiter zu teilen. Also auch in der Schule können wir Geschichte verwenden und wir werden hier schauen, wie wir das machen können. Also heute können diese Geschichten in verschiedenen Formen produziert werden, gemacht werden, dank digitaler Tools, die wir im Internet finden. Und wir können, also die Kinder können auch diese Geschichte, diese Lerninhalte verarbeiten und in Form von einem Video oder von einem E-Book oder von einer Webpage und einem Comic erarbeiten. So, Sie können das gelernt, was Sie gelernt haben, auf kreative und originale Weise verarbeiten. Hier sehen Sie ein Poster, das ich sehr oft mit meinen Schülern geteilt habe, auch an Wänden von meinem Klassenzimmer aufgehängt. Es schreibt hier, dass wir das Internet nicht nur zum Browsen, zum Klicken, Chatten und Spielvideogames zu spielen, sondern wir kreieren was auch, wir planen etwas und wir entwickeln ein Produkt, also wir teilen, was wir machen mit Internet. Das heißt also Content Creators, nicht nur Content Verbraucher, sondern auch Creators, das ist also eine aktive Weise, das Internet einzuverwenden. Digitale Storytelling kann vieles anbieten und zwar, wir können komplexe, disziplinäre Inhalte, Begriffe und in einer unterhaltsamen Weise verteilen. Es aktiviert auch transversale Kompetenzen durch Learning by Doing, kooperatives Lernen, kritisches Denken und Problemlösen, fördert das Ausarbeiten von Inhalten auf eine eigenständige Weise. Also ich weiß nicht, ob diese Übersetzung von Google ganz perfekt ist, aber es hilft schon, stimuliert auch die Ausdrucksfähigkeit, also die Kompetenz, die Kommunikationskompetenz von Kindern. Wir wissen, unsere Kinder sind manchmal schüchtern oder sie reden nicht viel, aber durch Videos oder diese originelle Weise können vielleicht etwas von sich selbst ausdrücken. Und dann verbessert auch Selbstwertgefühl, wenn sie sehen, dass sie etwas kreieren können, dass sie etwas Schönes, so wie diese Webseite zum Beispiel, machen können, das hat einen grossen Impact auch auf Selbstgefühl. In Pubertät ist das sehr wichtig. Was können Schüler tun? Also sie können ihr Wissen selber bauen, das heißt aktives Lernen. Es ist nicht nur die Lehrerin, das eine Erklärung, einen Unterricht führt, sondern sie auch machen das. Sie können Inhalte reflektieren und verinnerlichen, das heißt Deep Learning, die von der Realität und eigener Identität auch bewusster werden und einen Sinn finden. Also das heißt nicht nur die inhaltlichen, die ihre Schulfach unterrichten, sondern auch die, also mit beitragen, die Personalität der Kinder zu entwickeln. In der Schule können sie besser Begriffe und Informationen, insbesondere komplexe Informationen merken. Sie können neue Vokabeln, eine neue Sprache, also eine reichere Sprache erwerben. Sie können präsentieren, also Theorien, Konzepte und Probleme vortragen und sie können auch Verbindungen zwischen mehreren Fächern schaffen. Also es kann auch Cross-Curricular sein. Im Klassenzimmer erwerben sie kulturelle Identität und Bewusstsein. Sie können Werte vermitteln, kommunizieren über Ideen und Projekte, eine Querschnittskompetenz sowie kreatives Denken, Problem Solving, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken auch entwickeln. Und vielleicht denken, sie können sich auch überlegen, wie ihre eigene Zukunft, also sich vorstellen, wie die Zukunft sein wird. Warum digital? Also das wissen sie schon. Also ich werde das nicht in Detail erklären, aber durch digital können Kinder auch von zu Hause arbeiten. Also wir können diese Tasks, diese Aufgaben auch als Hausaufgaben geben und sie können also auch imaginär Geschichte und metakognitiven Reflexionen fördern. Das heißt, sie müssen überlegen, was sie machen. Wer wird auch dieses Produkt, dieses Video, diese Webseite anschauen? Und wir können die Grenzen des Klassenzimmers hinaus verbreiten, also mehr, auch ein größeres, ein breiteres Publikum. Also die Lernenden können deshalb mehr Verantwortung an ihren eigenen Lernprozess haben. Und das ist natürlich auch ganz wichtig. Welche Techniken für Digital Storytelling gibt es? Also essentiell gibt es zwei und das heißt Fiction und Non-Fiction, also Sachbuch. Hier können die Kinder ihre eigene Geschichte erfinden. Also die verwenden ihre Kreativität zum Ausdruck von persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse. Es kann über eine Reise zum Beispiel oder ihre eigene Identität, ihre eigenen Gefühle oder ein besonderes Erlebnis sein. Oder es kann ein Sachbuch zum Beispiel von Topics, von Themen, die mit dem Curriculum zu tun haben. Es kann zum Beispiel Erkunde oder Wissenschaft, dass sie weiter erzählen in einer originellen Form. Ich werde euch ein paar Beispiele zeigen. So, das erweitert die Lernszenarien und sie können ihre Kreativität verwenden. Da sehen Sie zum Beispiel ein Beispiel von E-Books, von digitalen Büchern, die meine Kinder, meine Schüler gemacht haben. Das ist ein Horror Story und hier haben die Kinder auf Englisch geschrieben. Lernziele waren eigentlich, also Past Tenses in Englisch, also dass sie eine Geschichte in der Vergangenheit nach erzählen. Und die Schüler haben auch hier Comics dazu gemacht, um ihre eigene Horror Story zu repräsentieren. Und das ist ein anderes Beispiel von Oskar Schindler, bekannte Liste. Okay, diese E-Books sind einfach, also simpel zu machen, sind multitextuell. Und sie ermöglichen das Einbetten von Links zu anderen Arten von Inhalten. Zum Beispiel, man kann hinein, also einbetten, Videos, Animationen, Podcasts, Bilder und Illustrationen, aber auch andere Aggregatorstools, andere Tools wie ThinkLink oder Padlet oder andere Tools. Und sie sind interaktiver, also wer das E-Book anschaut, kann die Seiten selber und die interaktiven Inhalte, die multimedialen Inhalten auch selber einschalten. Und sie regen den Übergang vom passiven zum aktiven Lernen. Also das ist sehr einfach zu tun, auch für Lehrer, Lehrpersonen, die sich nicht so digital fühlen. Andere Arten können Webseiten mit möglichen Audiokommentaren, also die Kinder können, insbesondere wenn sie eine fremde Sprache lernen, aber nicht nur das, denn also die Fähigkeit, die Kompetenzen, einen Vortrag zu machen, ist wirklich nicht so einfach. Das müssen sie auch lernen, also Ton, Rhythmus und so wie und so weiter. Sie können auch verfälschte Zeitungsseiten sein, zum Beispiel eine Kollegin von mir hat über Mansoni, Promessi Sposi, also diese, eine Zeitung, eine ganze Zeitung über das. Meine Kinder haben über die Peste, die Peste in London, wo sie Journalisten waren, also sie mussten einen Report, einen Artikel für die Zeitung schreiben. Oder sie können gefälschte Tweets und Facebook-Seiten, das haben meine Schüler zum Beispiel. Wir lernen Literatur, englische Literatur in der Klasse, das haben zum Beispiel nach der bekannten Balkon-Szene, wo Romeo und Juliette zum ersten Mal ihre Leben deklarieren, dann haben sie Tweets zwischen Juliette und die Mama, also die Nurse oder Romeo und Juliette nach der Balkon-Szene gemacht. Oder sie können interaktiven Karten und Timelines, Comicstreifen, sprechende Avatare, das heißt in Figuren, die den Kindern ihre eigene Stimme geben oder es könnte auch automatisch gemacht werden, also mit diesen Text-to-Speech-Tools. Podcasts und Radiosendungen, Kinder können zum Beispiel eine Radiosendung inszenieren, wo Leute vom Publikum telefonieren und stellen Fragen oder äußern ihre eigene Meinung über was nicht, also debattieren und so weiter. Oder es können auch Radiosendungen mit Experten, wo die Kinder die Rolle eines Experten aufnehmen und sie beantworten Fragen. Natürlich, wenn sie Fragen beantworten können, das heißt, sie haben auch sehr gut gelernt, also nicht so einfach. Diashose und mit Audiokommentaren, so wie Videos, aber nicht mit einer narrativen Stimme, nur mit Audiokommentaren, Videoanimationen und können dann Videos und kurze Videoberichte. Das ist das Schwierigste zu tun, denn das verlängt auch komplexe Fähigkeiten, aber die Kinder lieben das. Abschmeschen ist eine Technik, das heißt, dass Abs und Tools werden vermischt, also nicht nur ein E-Book, sondern auch andere Comics zum Beispiel werden zusammen verbunden, um ein multimediales Produkt zu machen. Wie geht es Schritt für Schritt? Hier finden Sie ein paar Anweisungen auf diesem School Kit, also Schritt für Schritt Anweisungen. Es kommen zuerst Texte, also die Kinder müssen schreiben, einen ersten Entwurf, dass der Lehrer oder die Lehrerin korrigiert, verbessert oder gibt Feedback. Feedback und Feedforward, sagen wir. Also nicht nur Kritik, sondern auch Tipps, Anweisungen, damit die Arbeit besser wird. Das ist auch gut zu machen am Anfang, denn es ist ganz, ganz schwierig, sowohl psychologisch als auch praktisch, ein Video zum Beispiel zu verbessern. Das ist sehr schwierig. Es ist besser, dass die Texte in Ordnung sind, bevor die Kinder dabei arbeiten. Man muss Bilder aussuchen, Klang, also Musik oder ihre eigene Stimme, erzählende Stimme, auftragen. Acht Schritte für eine Geschichte, das haben Sie schon auf Deutsch auch auf meinen Folien gesehen. Schritt für Schritt zuerst eine Entscheidung, also was für eine Art von Geschichte möchtest du erzählen? Diese Entscheidung macht normalerweise die Lehrer und Lehrerinnen, die Lehrer, also Fiction oder Reportage oder schreiben wir eine Biografie von Prominenten zum Beispiel oder historischen Figuren oder Dichter und so weiter. Imaginäres Vorstellungsgespräche. Meine Kinder, meine Schüler haben zum Beispiel diese Vorstellungsgespräche mit bekannten Sängern, Popstars, aber auch Ballettänzer, Tanzern geschrieben und in Videos gemacht. Es kann Science Fiction sein, Fernsehernachrichten oder Radionachrichten, wo sie die Rolle eines Journalistens, einem Moderatoren aufnehmen. Werbung oder Awareness-Kampagne. Es kann über Klimawandel oder auch was wir in der Schule machen können, um die Umwelt zu verbessern oder die Diäte von den Kindern zu verbessern, dass sie nicht so viel Junkfood essen. Es kann alles sein über Awareness, also Selbstbewusstsein. Sie beginnen mit einem Entwurf, um die Ideen zu organisieren. Das kann auch durch einige Tools gemacht werden. Es kann ein einfaches Blatt Papier. Für die kleinen Kinder funktionieren die Haftnotizen sehr gut. Also die Kinder sticken diese Haftnotizen auf einem Tisch und dann bewegen sie die Zettel, damit eine Sequenz von dieser Geschichte entsteht. Oder man kann auch Online-Brainstorming-Tools verwenden, so wie zum Beispiel Padlet oder Storyboard-That. Das ist auch ein sehr schönes Tool. Man kann Comic-Strips damit machen. Also man kann eine Mindmap oder eine einfache Tabelle, damit man Texte und Bilder zusammenstellt. Mit den Bildern muss man immer ein bisschen aufpassen. Und das müssen wir auch den Kindern unterrichten. Also man darf nicht einfach auf Google die Bilder herunterladen. Man muss Copy-Left. Also es ist am besten, am besten sollten die Kinder ihre eigenen Fotos aufnehmen, also mit Smartphone oder Tablet. Oder sie können eine Zeichnung, wenn es zum Beispiel etwas über Wissenschaft oder Mathe oder was nicht, Technologie, dann können sie vielleicht eine Zeichnung machen und das fotografieren und dann aufnehmen, also mit digitalen Tools, zum Beispiel Comics zu erstellen. Also für Copy-Left, also wir können diese Bilder im Public-Domain verwenden, das heißt es sind historische Bilder, die überhaupt keine Lizenz brauchen oder Creative Commons. Dann müssen aber die Kinder auch lernen, wie sie Attribution, wie sie dem Autor, also Attribution geben. Das heißt, man muss Filter aktivieren in Google und immer den Autor, den Namen, die Adresse, das Link angeben und die Lizenz Creative Commons. Hier finden Sie auch ein paar Beispiele von Webseiten, wo man diese Fotos im Public-Domain zum Beispiel oder CC, Creative Commons oder kostenlose Bilder finden kann. Hier ist ein Video, das ich für meine Kinder selber gemacht habe. Es ist auf Italienisch, aber mit Google können sie alles übersetzen heutzutage, um den Kindern zu erklären, wie sie diese Bilder suchen müssen. Dann nehmen Sie vielleicht auch, machen Sie einen Podcast, um mit Ihrer eigenen Stimme die Geschichte weiterzugeben. Es gibt eine Reihe von Tools, die Sie verwenden können. Vocaroo ist einer, damit können Sie Ihre eigene Stimme eintragen, also einen Audiokommentar und dann als MP3-File herunterladen oder mit Clips, Soundcloud, Spreaker, Audioboom etc. Sie können auch eine Hintergrundmusik verwenden, aber hier auch immer aufpassen auf die Lizenzen, auf diese Copyright-Bedingungen, die man respektieren muss. Und Schritt 7, also das Synchronisieren von Bildern, Texten, Audio und Video. Und Schritt 8, das ist für eine Lehrperson ganz, ganz wichtig. Das heißt, Schlussreflexion und Nachbesprechung, was kann verbessert werden, was haben wir gelernt, was machen wir das nächste Mal besser. Und das können die Kinder, die Schüler auch durch Peer-Reviews machen. Das heißt, jeder kommentiert, gibt Advice, Tipps zu den anderen, immer in konstruktives Feedback. Da finden wir eine Reihe von Ideen und Tipps, das möchte ich euch noch mit euch teilen. Sie sehen, Sie können hier ein Fotos, ich liebe dieses Fotos, also das Klassenzimmer wirklich so wie ein Labor, wo die Kinder alles experimentieren können. Das ist leider nicht mein Klassenzimmer, nicht mein Lehrraum, aber das wäre super für mich. Also hier ist also eine Reihe von Tipps, nach meiner Erfahrung, aber diese Liste ist sicherlich nicht komplett. Man könnte das noch erweitern und vielleicht haben Sie auch Ideen dazu. Also wie wir diese Geschichten, also wie die Kinder diese Geschichten, diese Lerninhalten weiter erarbeiten können oder nachherzählen können. Zum Beispiel können Sie eine Geschichte oder einen Teil davon in einem Dialog, ein Interview oder ein Telefongespräch verwandeln. Oder eine Geschichte in einem Comic und eine Videoanimation. Oder die Kinder können einen komplexen Traum, der in der Vergangenheit oder in der Zukunft spielt. Oder sie können, also die Lehrerin kann ein Bild von einer Person, die kurz davor steht, etwas zu unternehmen und kann die Kinder bieten, sich vorzustellen, was als nächstes passieren wird. Und sie bilden davon eine Geschichte. Präsentieren Sie ein Video oder einen Artikel und bieten Sie die Schülern, die Geschichte aus der Sicht der verschiedenen beteiligten Charakterfiguren zu erzählen. Also Google ist nicht so schlecht, ist er? Erstellen Sie imaginäre Interviews oder eine Videoreportage. Erstellen Sie eine gefälschte Radiosendung oder eine Talkshow, in der junge Menschen sprechen gegensätzlicher Ideen und simulieren die Intervention von Experten. Das haben wir zum Beispiel mit Hamlet. Und Hamlet wurde interviewt von den anderen Schülern. Er musste erklären, warum er, also wie er reagiert hat, seine Emotionen. Oder mit Ophelia zum Beispiel, die andere wichtige Figur im Hamlet. Warum hat sie sich selbst gemordet und warum hat sie nicht eine andere Entscheidung? Also das war wirklich sehr interessant. Erzählen Sie historische Ereignisse aus der Sicht einer fiktiven Figur? Zum Beispiel die Geschichte eines Soldaten an der Front. In Kobarit gibt es ein Museum. Meine Schüler hatten dieses Museum selber besichtigt und hatten die Briefen von den Soldaten an der Front gesehen. Und davon ist die Idee entstanden, dass sie selber Briefe an ihre Mutter oder ihre Familie schreiben, als ob sie an der Front wären. Oder die offizielle Rede einer historischen Persönlichkeit oder die Todesanzeige für die Beerdigung einer berühmten Person. Das haben meine Schüler am Gymnasium, also die letzte Klasse, haben sie so eine Rede nach dem Tod von Mandela. Also sie haben zuerst die Rede von Obama in Erinnerung von Nelson Mandela zugeschaut, gesehen und dann haben sie selber so eine Rede gemacht. Erstens erstellen sie eine fiktive Zeitungsseite, die über ein historisches oder biografisches Ereignis berichtet. Rekonstruieren sie eine Abfolge von Ereignissen, ein historisches Ereignis oder eine Biografie anhand einer Timeline oder die Reiseroute eines Protagonisten von einem Roman. Das ist auch sehr schön zu machen. Die Kinder wissen manchmal auch nicht, wo die Städte oder die Städte, die geografischen Positionen sich befinden, also auf einer Karte. Auf einer Karte können sie das auch machen. Eines Wissenschaftlers oder eines Entdeckers anhand einer interaktiven Karte. Man kann mit Google Maps, Google My Maps oder Google Earth kann man diese Explorationen, also diese Touren, virtuelle Touren auch schaffen. Erstellen sie eine Werbekampagne zur Verarbeitung wichtiger Botschaften und gemeinsamer Werten. Erstellen sie einen Videotrailer oder Flyer, um das Lesen eines Buches, den Besuch einer Ausstellung oder das Ansehen eines Films, einer Show zu fördern. Also die Kinder haben zum Beispiel ein Buch gelesen und wollen den anderen Mitschülern überreden, dass sie auch dieses Buch lesen sollten. Oder vielleicht auch ein Video, einen Film oder ein Museum, ein Museum, eine Museum Ausstellung können sie auch bewerben. Erstellen sie gefälschte Tweets oder Facebook-Kommentare, um den Dialog zwischen Charakteren in einer Geschichte nachzubilden. Das haben sie, also andere Kinder in meiner Schule haben über Julius Cäsar zum Beispiel, also diese bekannten historischen Episoden. Schlagen sie ein kurzes Video oder auch hier einen inneren Monolog einer Figur zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte. Das haben sie, wie gesagt, mit Ophelia und Hamlet gemacht. Schlagen sie ein kurzes Video vor und bitten sie die Schüler, vielleicht den Dialog zwischen den Charakteren vorzusetzen. Sie machen das weiter oder sich mit einem der Charaktere identifizieren und sein ihr Tagebuch zu schreiben. Oder stellen sie sich mögliche Enden vor, andere Szenarien und sehr, sehr, sehr viel mehr. Also wirklich, es ist endlos. Das sind nur meine Ideen. Nach der Produktion von diesem Multimedia Digital Storytelling Produkt, es ist immer wichtig, auch den Kindern eine Bühne anzubieten, damit sie Verantwortung sind, aber auch eine Begeisterung bekommen, also Erfolg haben von ihrer eigenen Arbeit. Manchmal sind diese Produkte so schön, wirklich eine Überraschung für uns Lehrpersonen. Ich kann ein paar Beispiele zeigen, wo man sieht, wirklich, was sie machen können. Also da sind ein paar Informationen über Kosten und Ressourcen. Das ist vielleicht nicht interessant für euch, aber fast alle diese Tools sind entweder frei oder freemium. Das heißt, man kann ein paar Videos machen und wenn man mehr Videos, dann muss man subscribe. Also learning by doing ist ganz wichtig und für die Lehrpersonen diese neue Perspektive. Das heißt, von Lehrergeführtenunterricht hin zum Schülerzentrierter Lehrer. Das sind meine Kinder, meine Schüler in der Klasse. Und dann kommt eine Reihe, eine Galerie von Projekten. Das ist zum Beispiel eine Horror Story, das mit Bansi Up gemacht wurde. Aber ich werde euch ein anderes Beispiel, also hier ist ein E-Book zum Beispiel mit Beatstrips. Ich zeige euch das. Schauen wir mal, wenn es sich öffnet. Man kann durchblättern, Sie sehen hier, die Kinder haben, die Schüler haben eigene Fotos oder Copy-Left-Fotos, die alle mit Attributionen sind. Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, die sie geschrieben haben. Ich habe das verbessert und dann haben sie so ein Geschichte und es ist wirklich interessant. Das können Sie sich selber anschauen, wenn Sie Interesse haben. Hier haben Schüler ein Film-Review, also ihre eigene Filmkritik. Und es ist eine Webseite zusammen mit Audiokommentar. Hier auf einem Google Maps haben sie die Attraktionen von London beschrieben. Und das ist mit Avatars. Also diese Avatars, das haben sie mit ThingLink, also ThingLink, also eine Mappe, eine Karte aufgeladen und dann die Attraktionen. Da mit ThingLink haben sie eine Zeichnung von Alice in Wonderland gemacht. Und diese Hotspots sind Videos oder ihre eigene Nacherzählung. Da haben sie Video-Interviews mit Prominenten gemacht. Ich kann vielleicht das zeigen. Also von einer Webpage to a Video-Interview. Das ist mein Blog, English for You. Das können Sie auch mal schauen. Es sind Projekte seit 2012 dabei. Also sie haben zuerst, die waren die Lernziele, Present Perfect, also Personalerfahrungen. Zuerst haben sie so eine Webpage über, das war zum Beispiel von Rudolf Nureyev. Also das hat der Marco gemacht. Also Marco hat ein Unreal-Chit-Chat mit Rudolf Nureyev. Er hat recherchiert, Informationen, Bilder, Videos, alles. Die waren Tänzer, also eine Balletschule in Udine. Sie haben zuerst diese Webseiten gemacht und dann hier ein Video. Ich zeige euch nur ein kleines bisschen. Ich zeige euch nur ein paar Mal. Okay, da haben Sie diese Interview eigentlich in der Klasse gemacht, mit meinem iPad aufgetragen, also das war wirklich in einem Klassenraum und dann haben Sie das alles aufgetragen, aufgeladen. Das ist ein anderes Projekt über Roberto Bolle, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also ein Famous Tänzer in Italien und das haben Sie, also es sind mehrere Projekte hier über Prominenten oder Telo Swift hier, das haben Sie mit Video gemacht. Das ist mit Pautoon ein anderes Problem, ich möchte noch euch das zeigen und zwar eine geolokalisierte Nacherzählung. Ich zeige das von hier, ja. Es ist schwierig manchmal für die Schüler zu identifizieren, wo Städte oder das war für Dental Technicians in einer Berufsschule. Sie mussten Exhibitionen für Zahnärzte in Europa finden und da haben sie Informationen gesucht und alles mit diesem Tool, also man sieht das hier zum Beispiel, das ist in Istanbul, also dieses Tool, also dieses Tool heißt JP Story Map oder ich kann das auch auf meinem Blog zeigen, so sehen Sie auch die Kinder und das ist natürlich das Endergebnis von das Endgültiges Produkt nach einem Lernprozess, also zuerst haben sie eine Webquest durchgeführt und die Mission, die Aufgabe war ihr eigenes Chef in der Praxis, in der Zahnarztpraxis zu überreden, dass sie diese Exhibition, diese Fair, diese Messe besuchten, wollten, also sie müssen zwei verschiedene Optionen anbieten und dann dem Chef erst mit überzeugen, dass Paris besser als, weiß ich nicht, Istanbul ist und so wie und so weiter. Da haben sie recherchiert und Informationen zusammengestellt und dann haben sie mit Google Earth diese Geolokalisierung gemacht, man sieht die Tools und hier haben sie mit diesem anderen, also einige haben mit Google Earth und einige haben mit diesem Produkt gemacht und da sehen Sie meine Schüler, die das Projekt vortragen. Da sind sie im Labor, da recherchieren sie die Informationen, die waren die Guiding Questions, also die Informationen, die sie dem Chef unterbreiten sollten. Da sind die Schülerinnen, das ist ein Gymnasium und sie vortragen und ich kann sagen, dass sie die Performance, die Leistung war wirklich viel besser als normale, das normale Lernen, traditionelles Lernen. Ja, das ist nur so ein Beispiel, das ich zeigen wollte. Ich gehe jetzt zurück zu meiner Präsentation, ich möchte mit euch auch diese Webseite teilen, ich habe noch zehn Minuten Zeit, also da finden sie, finden Narare Digitale, da finden sie auch mehrere Beispiele von italienischen Lehrern und Lehrerinnen, die meine Kurse für Digital Storytelling, also das Training gemacht haben, da ist es auf italienisch, aber man kann einfach mit Google übersetzen und da finden sie mehrere Beispiele, Beispiele in Klil zum Beispiel, das heißt also Lernfaden, die Lernaktivitäten, die in Englisch durchgeführt werden. Es sind mehrere Beispiele von Videos zum Beispiel über Biologie oder Climate Change und so weiter. Das wurde zum Beispiel von einer Klasse, eine zwölfte Klasse von einem Gymnasium in Udine und sie haben über Motor-Krisis ein Video gemacht. Ja, das geht im Moment nicht, warum, da können wir das Video anschauen und diese Schülerinnen waren so kreativ, ich war zu der Zeit, ich war zu der Zeit digital Koordinator in dieser Schule und sie sind zu mir gekommen, haben gefragt, wir möchten dieses, dieses Song haben und dieses Lieder, aber das war nicht erlaubt, so haben gefragt, aber sie wollten das singen und wir hatten nie, dass sie noch nicht erlaubt sind, weil wir ihn so viel gab. Zuerst haben sie diese Präsentation gemacht über die Situation in Kenia, Motor-Krisis in Kenia, über die Rettabilisierung, die Populazione in Kenia, über die Bevölkerung und wie viele Kinder in die Schule gehen können und da sie suonanen, sie haben registraten mit ihrem Telefon. Sie spielen Klavier und sie haben Soundcloud-App verwendet. Sie können nicht in die Schule gehen, denn sie arbeiten müssen. Sie spielen Klavier und sie können nicht in die Schule gehen. Ja, das war so ein Projekt in Klil, das diese Klasse gemacht hat. Es ist für mich immer so eine Emotion, sie singen zu hören, denn wir hatten nie geglaubt, sie könnten sowas machen. Aber wirklich, sie haben nur 20 Sekunden singen dürfen, denn wegen Copyright darf man nicht länger. Aber hier finden sie, wenn sie Interesse haben, mehrere Projekte von italienischen Lehrern und Lehrerinnen. Ich habe noch fünf Minuten Zeit. Ich zeige euch noch dieses Projekt, das meine Schüler und Schülerinnen gemacht haben. A Place of My Own, so ihr Lieblingsplatz, wo sie hingehen, wenn sie einsam bleiben möchten, über sich selbst denken möchten. Okay, zuerst haben wir hier ein Brainstorming mit diesem Tool Answer Garden gemacht, wo sie ein Wort gesucht haben, neue Vokabel, um eine Person, die in einem Cabin, in einer Hütte wohnt. Also ich habe den Kindern das Foto einer Hütte präsentiert und gefragt, wer wohnt in dieser Hütte, was für eine Person wohnt hier. Also die Lernziele waren eigentlich diese, die Modalverben in Englisch, wodurch man auch raten kann, also Hypothesen machen kann. Und da haben sie geschrieben und alles Mögliche auf Padlet. Dann habe ich andere Fragen gestellt, zum Beispiel, where are you standing, how would you feel if you had to leave there for one year, who would you like to take with you for one year. Sollten sie in dieser Hütte leben für ein Jahr, wer würden sie mit sich nehmen und so weiter. Das haben sie gemacht. Sie haben mit Padlet ihre eigene Stimme aufgetragen und nach diesem Schritt haben sie hier über bekannte Quotes, bekannte Sentences about Solitude and Loneliness auf dieser Dreisseite kommentiert. Nur danach haben wir Digital Storytelling gemacht. Sie konnten auswählen unter Adobe Spark Page Video oder Our Books oder Edu Bouncy, so vier Tools. Und da haben sie die Fragen, also diese Guiding Questions gehabt. Sag uns, wo du gehst, wenn du alleine für dich selbst alleine sein möchtest. If you had to move to a secluded place, who, what would you take with you? Was würdest du mit dir mitbringen? Choose a quote about solitude and explain why it is meaningful for you. So ich habe den Schülern mehrere Quotes gegeben, also bekannte. Und das ist, was sie gemacht haben, zum Beispiel. Ich habe nur eine Minute Zeit. Da zum Beispiel hat die Julia eine Webseite, eine Webpage mit Adobe Spark gemacht. Und die, die hat durch verschiedene Language Codes, nicht nur Texte, sondern auch Bilder erklärt, ihr eigenes Gefühle über Solid, also Einsamkeit oder, ja, Sie sehen, es ist sehr schön, aber sie hat auch Englisch am guten Niveau verwendet. Und sie erklärt, und das ist die Quote, to go out with a setting sun on an empty beach is to truly embrace your solitude by Jean Moreau. Das ist, was sie, I've always been fascinated by sunsets, so die Kinder haben sie auch über sich selbst ausdrücken können. Da finden sie noch einige Beispiele. Und das ist ein Hyperdoc. Am Nachmittag werde ich noch einmal vortragen, also nur ein kurzer Vortrag über Hyperdocs in der Klasse. Und am Ende dieser Lerneraktivität über Gedichte haben die Kinder ihr eigenes Gedicht schreiben müssen, können über I am. Und das war das Beispiel, also ich beende meinen Vortrag mit diesem Video und hoffe, es ist auch ein bisschen Hoffnung für uns alle. Es ist auch Untertitel, ich hoffe, ihr konntet das sehen. I am, ich bin mutig. Ich sehe den Himmel in einem Sandkorn. Ich wünsche jeder hätte eine Chance. Ich hoffe, dass alles bald vorbei ist. Ich führe die Flügel meines Schutzengels in der Nähe. Ich berühre die Herden meiner Schülerinnen. Ich mache mir Sorgen über die Gewalt in der Welt. Ich mache mir Sorgen. Ich weine wegen Ungerechtigkeiten und Ungleichkeiten in der Welt. Ich weine wegen, die durch Egoismus und Gier verursacht werden. Ich bin ein sensibler, mutiger Mensch. Ich verstehe, dass es Zeit ist, zu wechseln, zusammen. Ich sage, dass Kinder unsere Zukunft sind. Ich träume von einem Tag voller Frieden und Ruhe. Ich versuche, meinen Schülern zu helfen. Ich hoffe, die Jungs werden es besser machen als wir. Ich bin ein Idealist. Und deshalb habe ich mich entschieden, eine Lehrerin zu klären. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es war interessant, wenn es Fragen sind. Die Slides teile ich sofort in der Chat. Und schließe die Interrompikon-Division. Okay. Also ich muss sagen, es war ein Ausflug in eine andere Welt. Und das ist wahrscheinlich genauso für die Schüler. Also weil wir haben ja heute, wie Sie wissen, sehr viel in diesem digitalen Bereich. Und dass man das so verknüpfen kann. Und was ich mir dann auch denke, wenn ich mir das so anschaue, eben auch mit diesen Gesangseinlagen entdeckt, Fähigkeiten von Schülern, die man eigentlich so nie erfährt. Weil wenn wir klassischen Unterricht haben, sind diese Fähigkeiten nicht gefragt. Ja, man redet eigentlich von zwei verschiedenen Gehirnen. Die Kinder kommen in die Klasse und brauchen einen neuen Kopf. Den ihren eigenen Kopf in der normalen Welt ist ganz anders. Also es ist, aber warum nicht? Ich frage mich nur, ich bin ganz neugierig. Ich möchte den Kindern eine Chance anbieten. Und warum nicht? Man muss überhaupt keine Angst haben. Nur Vertrauen. Ja, also ich muss echt sagen, weil ich denke, man will ja auch selbstbewusst sein. Und dass dann vielleicht ein Schüler wirklich das Erstaunen der Mitschüler praktisch in Gang bringt, indem er dann zeigt, was er kann, was eigentlich bisher immer untergegangen ist. Zum Beispiel so eine Singstimme oder eben ein anderes vielleicht komisches Talent, das eigentlich in klassischen Fächern nicht zutage tritt. Ich finde auch, dass sich da viele Schüler vielleicht, die diese Fähigkeiten haben und nie nutzen konnten, vielleicht auch an anderen Stellenwert und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dann in der Klasse bekommen. Also ich finde, wir sind jetzt weg, weil ich moderiere da jetzt auch irgendwie diese klassischen Einstiegssachen in eine andere Welt mit sehr viel Musik und sehr schön. Ich habe aber eine Frage auch noch an Sie. Und zwar eben auch von einer Kollegin, die sagt, dass sie sich vorstellen kann, dass es sehr, sehr viele Schüler interessiert, so eine Idee. Aber was machen Sie mit Schülern? Es gibt immer Minimalisten, die vielleicht sich dann schlecht oder wenig beteiligen. Geben Sie da was vor? Die Frage war genau, wie aktivieren Sie diese? Ja, es ist nicht, also jede Klasse ist anders. Es ist so wie ein Organismus eigentlich. Mit einigen Schülern funktioniert das ganz gut. Mit anderen, insbesondere wenn sie ein bisschen eingebildet sind oder sie glauben, sie bekommen sowieso alles eins. Die brauchen, also das geht, das funktioniert sehr gut, insbesondere mit den schwachen Kindern. Also mit den Top-Schülern brauchen wir eigentlich sie nicht zu motivieren. Also ich habe zuerst versucht, in den Klassen, wo ich ein besonderes Gefühl hatte, dann habe ich diese Produkte den anderen Klassen gezeigt. Das könnt ihr einfach auch mit all meinem, was ich gezeigt habe von meinem Blog, das ist offener. Ihr könnt zum Beispiel den anderen, ihren eigenen Schülern zeigen, schau, was diese italienischen Kinder gemacht haben. Hättet ihr Lust, auch das Gleiche zu tun? Und dann habe ich natürlich die Kinder belohnt und ich habe den Kindern eine gute Note gegeben. Also sie haben daran gehabt, also ich habe immer die Wahl freigelassen und zwar entweder macht ihr das oder wir machen das traditionell. Ihr werdet getestet. Also so, das war ja. Ganz einfach, ja, ja. Ihr werdet getestet, ihr macht eine traditionelle Prüfung, eine schriftliche, also eine Prüfung, ein Tester oder eine mündliche Prüfung, das machen wir in Italien öfters, also die werden befragt. Oder ihr macht das erste Mal, vielleicht sagen sie nein, das zweite Mal werden sie auch, also normalerweise lieben die Schüler die Technologie. Es ist so wie ein magischer Bleistift für sie. Aber die Lehrer, die Lehrer müssen auch das natürlich ein bisschen steuern, ein bisschen steuern. Aber versuchen sie mit einem kleinen Projekt und in ihrer, sagen wir, Lieblingsklasse, wo man immer so dieses Gefühl, dass sie sind so begeistert, sie wollen das machen und dann zeigen sie die Produkte. Ich habe deshalb diesen Blog erstellt zum ersten Mal, damit meine, ich habe sechs Klassen, dass die anderen Klassen auch sehen können, was es möglich ist. Genau. Also ich würde erinnern, ist deine Frage somit beantwortet oder möchtest du noch was hinzufügen? Ich muss mal schnell... Ich glaube, das war beantwortet. Aber sie hat nur gefragt, wie sie die Schüler, die weniger begeistert sind, dazu zwingen, unter Anführungszeichen auch mitzumachen. Nein, zwingen überhaupt nicht. Also ein digitales Produkt, so wie sie gesehen haben, kommt nur von der Seele. Also die Kinder wirklich, sie geben ihr ganzes Herz hinein und manchmal werden sie auch beleidigt, wenn ich, Lehrerin, keine Zeit habe oder nicht genug Zeit habe, ihre Produkte mal anzusehen. Und sie fragen, Ma, Professoressa, Sie haben mein Video nicht gesehen? Nein, ich habe so viel gearbeitet. Sie müssen mein Video auch mal schauen. Sie wollen wirklich so eine... Ja, ich mache mal Danke von der ganzen Gruppe. Sie sind alle begeistert. Vielen Dank auch, dass diese Bote die Materialien zuvor gestellt haben. Gut geschehen. Gut geschehen. Und wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen möchten, ich habe vielleicht auch meine E-Mail, schreibe in dem Chart. Sie können mir gern kontaktieren oder meinen Blog anschauen. Das geht auch. Ja, so habe ich da. Alles klar. Vielen Dank für die Einladung und am Nachmittag trage ich noch einmal vor über HyperDogs und Choice Board. Wer ist das noch vielleicht, dass Sie das schnell sagen? Wie spät? Es ist 2.40 Uhr, glaube ich. 2.40 Uhr. Ja, ja, ja. 2.40 Uhr. 14.40 Uhr. Ja, ja, stimmt. Okay, passt. Danke. Also Mahlzeit allen. Ja.